Tja ihr Lieben, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Auch hier wieder, nicht wissend, ob das dann auch wirklich stimmt, der Realität entspricht. Nehmen wir mal an, es wäre so, dann sind es ja ganz hervorragende Nachrichten, denn dann hätten wir das Elend ja gleich hinter uns. Aber nicht nur darum geht es, es gibt noch einzelne Punkte mehr. Könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Bitschut, Odyssee und Rambl. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.